Guten Tag, mein Name ist Johannes Stein. Ich möchte Ihnen heute die Gremien-Teams-Seite der DKE vorstellen. Ausgehend von der Internetseite der DKE wechseln wir über meine-dke.de auf das Portal, das Sie schon kennen von der Rundschreibenverteilung. Hier haben Sie im oberen Teil die für Sie freigeschalteten Gremien. In der letzten Spalte ist ein Link angegeben, wenn eine Gremien-Teams-Seite für Ihr Gremium eingerichtet wurde. Falls Sie eine Gremien-Teams-Seite nutzen wollen und keine Teams-Seite eingerichtet ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Referenten. Ich starte nun eine Beispiel-Teams-Seite, die Ihnen zeigen soll, wie grundsätzlich diese Teams-Seite aufgebaut ist und welche Möglichkeiten für die Zusammenarbeit im Gremium hier bestehen. Wir haben hier den Bereich, wo sich das Gremium vorstellt, wo es allgemeine Informationen gibt. Wir haben verschiedene Bereiche, die genutzt werden können und eine Menüleiste auf der anderen Seite. Was jetzt die Navigation angeht, neben der Menüleiste haben Sie auch die Möglichkeit, hier drüber, über den Home-Button, immer wieder zurück auf diese Startseite zu gelangen. Ebenso ist auch die Schrift hier Ihres Gremiums animiert. Welche Möglichkeiten haben Sie nun? Fangen wir an mit Ankündigungen. Es können hier Informationen, Ankündigungen eingetragen werden. Es gibt die Möglichkeit, im Gremium Aufgaben festzulegen. Sie sehen, dass das beliebigen Personen können Aufgaben zugewiesen werden. Ich bin jetzt als Susi Sorglos angemeldet mit einem Testzugang. Und Sie sehen, dass die Aufgabe Test 2 hier unter meinen Aufgaben erscheint. Das heißt also, in diesem Bereich werden die Aufgaben, die an mich adressiert sind, gefiltert. Es gibt die Möglichkeit, Unterlagen, beliebige Unterlagen hochzuladen und hieran gemeinschaftlich zu arbeiten. Darauf werde ich gleich nochmal zurückkommen. Wir haben eine Kalenderfunktion und in diesem Bereich hier sehen Sie, wer alles Zugriff auf diese Team-Site hat. In der Regel also alle Mitglieder des Gremiums. Neben dieser Darstellung finden Sie hier auch noch die Möglichkeit, gemeinschaftlich an einem Wiki zu arbeiten oder eine Team-Diskussion zu starten. Eine der wichtigsten Möglichkeiten, die ich Ihnen vorstellen möchte, ist das Thema Unterlagen. Wenn ich jetzt hierauf wechsle, sehen Sie, dass Sie jetzt noch mehr Spalten und Informationen sehen. Es können beliebige Dokumente hochgeladen werden. Und ich habe ein Beispiel vorbereitet. Eine Kommentierungstabelle für IEC, wo Sie zum Beispiel mit mehreren Personen Kommentare sammeln und eintragen können. Sie haben hier die Möglichkeit, diese in Word zu bearbeiten. Mit einem Internet Explorer ist das auch entsprechend eingebunden und kann auch interaktiv dann benutzt werden. Mit anderen Browsern die Möglichkeit zeige ich Ihnen jetzt anschließend. Wenn Sie arbeiten, sollten Sie zuerst die Datei auschecken. Sie sehen das hier an diesem grünen Pfeil, dass die Datei ausgescheckt ist. Und mit dieser Mouse-Over-Funktion sehen Sie auch, von wem die Datei ausgescheckt wurde. Wenn Sie alles bearbeitet haben, können Sie dann das Ganze auch wieder einchecken, sodass andere die Datei nutzen können. Wenn Sie nicht auschecken, steht die Möglichkeit, dass mehrere Personen gleichzeitig arbeiten und es dann zu Problemen gibt, wenn abgespeichert wird. Sie haben die Möglichkeit, sich einen Versionsverlauf anzuschauen. Sie können also beliebig häufig abspeichern und bei jedem Abspeichern wird eine neue Version erzeugt. Schauen wir uns nun an, wie wir eine Datei bearbeiten können, wenn wir nicht im Internet Explorer sind. Ich habe die Datei geöffnet mit OpenOffice. Die Datei ist jetzt schreibgeschwitzt. Ich speichere sie also kurz unter einem anderen Namen ab. Wenn Sie die Datei bearbeiten, ist es sinnvoll, die Änderungen aufzuzeichnen. Damit auch andere im Gremium sehen, was sie gerade bearbeitet haben. Ich speichere jetzt die Datei und schließe sie. Werde aber nun die Datei, die ich gerade bearbeitet habe, wieder umbenennen wie die Originaldatei. Das hat einen Vorteil, den ich Ihnen jetzt gleich zeigen werde. Ich lade die Datei wieder hoch. Wähle sie aus. Ich kann hier einen Kommentar zu meiner neuen Version eingeben. Und kann sie einchecken. Der Vorteil, wenn ich dann die Datei mit dem gleichen Namen hochlade, ist, dass sie hier im Versionsverlauf wieder erscheint. Und Sie sehen, dass ich also gerade eine neue Datei hochgeladen habe, mit einer neuen Versionsnummer. Und Sie sehen hier hinten den Kommentar, den ich für diese Version erzeugt habe. Wenn Sie auf dieser Seite sehr viele unterschiedliche Dokumente haben, besteht die Möglichkeit, dass Sie Ordner anlegen, so wie Sie es vom Internet Explorer kennen. Sie können aber diese Dateien auch beliebig sortieren. anhand des Namens. Sie können aber auch filtern oder zu jeder beliebigen anderen Spalte einen Filter oder eine Sortierung einrichten. Welche Möglichkeit besteht noch? Sie haben die Möglichkeit, Sie haben dann diese Informationen hier auch noch an der Datei hängen, zu bearbeiten. Sie können also hier den Titel ändern. Sie können weitere Bemerkungen hinzuschreiben. Ich habe jetzt hier eine zusätzliche Spalte eingerichtet, die man einrichten könnte, um zusätzliche Informationen an die Dateien zu hängen. Sie sehen hier das Bemerkungsfeld, was ich gerade dann ausgefüllt habe. Da Sie ja nicht jedes Mal nachschauen wollen, ob sich etwas geändert hat, können Sie auf jeder Seite in der Teams-Seite sich eine Benachrichtigung einstellen. Wir können diese Benachrichtigungen so einstellen, dass Sie die E-Mail sofort erhalten, wenn sich etwas geändert hat. Sie können sich eine tägliche Zusammenfassung schicken lassen oder eine wöchentliche. Wenn Sie das Ganze ändern wollen, gehen Sie wieder unter Benachrichtigen. Man kann hier oben auf diesen Link gehen und sehen dann alle Ihre Benachrichtigungen. Sie können weitere hinzufügen, können aber auch die gerade eingestellte Benachrichtigung wieder löschen. Ich möchte Ihnen nun zeigen, wie man mit einem Wiki gemeinschaftlich Texte erarbeiten kann. Wir haben hier eine allgemeine Information. Auf Bearbeiten drücken, können wir hier beliebigen Text eintragen. Wir können auch die allgemeine Information löschen. Man kann in Wikis auch sehr schön arbeiten und das Ganze auch gliedern. Zum Gliedern verwenden wir Unterseiten im Wiki. Diese legen wir an, indem wir zweieckige Klammern öffnen, nehmen den Text der Unterseite und schließen wieder. Sie sehen jetzt, dass meine Unterseite noch nicht angelegt ist. Sie ist leicht unterstrichen. Wenn ich jetzt hier draufgehe, kann ich hier sogar meinen Text eintragen und würde jetzt die neue Unterseite erstellen. Hier kann ich wieder auf die Startseite des Wikis zurückgehen. Zuletzt möchte ich Ihnen die Möglichkeit der Teamdiskussion zeigen. Hier können Sie eine neue Diskussion starten. Ich habe aber bereits eine angelegt. Sie können nun auf die Originalfrage antworten. Sie können aber auf jede beliebige Antwort oder jeden beliebigen Diskussionsbeitrag antworten. Wir sehen, dass hier entsprechend dargestellt dann ein weiterer Beitrag eingestellt wurde. Ich hoffe, dass Ihnen die Vorstellung der Gremium Teamzeits gefallen hat und Sie diese sinnvoll in Ihrem Gremium nutzen können. Fragen wenden Sie sich an Ihren Referenten oder auch in der DKE an Matthias Wichert oder Johannes Stein. Auf Wiedersehen.